Gewalt an Frauen muss endlich der Vergangenheit angehören. Nicht nur körperliche Gewalt ist ein Problem. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Abschwörte, Storkeling und andere Peine. Sich keine Kavaliersdelikte und gehören zu strafen. Doch immer noch schweigen viele Frauen, wenn sie Opfer wurden. Egal in welcher Form von Gewalt. Du hast es ja provoziert. Diese Äußerungen sind nicht selten. Sie helfen jedoch nur dem Täter. Mit der anonymen Spurensicherung wollen wir den Opfern helfen. Dadurch sind Vergewaltigungen und Übergriffe auch zu einem späteren Zeitpunkt nachweisbar. Du bist nicht allein. Du hast keine Schuld. Bring die Tat zur Anzeige. Doch oft ist die Scham einfach zu groß. Mit einer Dunkelfeldstudie wollen wir auch diesen Frauen eine Stimme geben und die Präventionsarbeit in Nordrhein-Westfalen verbessern. Schläge, Liebe und wieder Hoffnung. Ein Teufelskreis. Die Frauenhäuser in NRW sind eine wichtige Anlaufstelle für Frauen, die diesem Teufelskreis entgehen wollen. Daher erhöhen wir den Ausbau von Frauenhausplätzen, um weitere Schutzräume zu schaffen. Gewalt hat auch in der häuslichen Umgebung nichts zu suchen. Genauso darf sexueller Ausbeutung kein Raum mehr geboten werden. Wenn ein Mädchen in die Fänge eines Loverboy gerät, hat es kaum eine Chance von ihm wieder loszukommen. Zieh die Reißleine und sag Nein zu Loverboys und sexueller Ausbeutung. Und informiere dich, wie du dich schützen kannst. Steh auf für dein Recht auf ein gewaltfreies Leben. Gewalt gegen Frauen darf in unserer Gesellschaft keinen Platz mehr haben. Dafür machen wir uns als CDU-Fraktion stark. Abr sygla Wik MS E 하나� � Fuck Auf uns allein früh Cameras 1 T 2 ��